Hallihallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. Ihr habt es euch gewünscht, ihr bekommt es und ja, ich hätte tatsächlich nie gedacht, dass Sims 4 tatsächlich so gut bei euch ankommt. Ich hatte bei Instagram mal eine Umfrage gemacht, es haben wirklich einige gevotet. Ich schwöre, ich hätte wirklich nie damit gerechnet, dass echt so viele sagen, ja, Yoshina, mach doch mehr YouTube-Videos von Die Sims 4 und yeah, yeah, yeah. Freut mich natürlich sehr und ich mache es natürlich auch liebend gerne. Ich möchte natürlich auch aufnehmen, was euch interessiert, was mir auch ebenfalls auch Spaß macht. Und ja, Sims 4 ist natürlich ein Spiel, was mir unglaublich viel Spaß macht und vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der so fleißig gevotet hat. Und ja, ich habe mir Gedanken gemacht bezüglich Sims. Ihr seht schon, die Aufnahme, die läuft, sehr schön. Ich hoffe mal, dass das alles funktioniert. Ich hatte ein paar Anfangsschwierigkeiten. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie mit diesem PC Sims 4 aufgenommen. Ich hatte es immer beim Vario am Rechner gemacht. Aber egal, es geht auch mit meinem. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir Sims weiterspielen könnten. Ob wir bei unserer alten Familie weiterspielen können, wollen oder sollen. Ob wir eine neue Familie starten. Und da fiel mir ein, eigentlich könnten wir doch auch mal eine Sims 4 Challenge machen. Ich wollte aber nicht diese hier 100 oder 50 Baby-Challenges machen. Die ist mir einfach persönlich nichts. Würde mir persönlich auch nicht Spaß machen. Weil, ja, ich bin mit zwei, drei Babys schon überfordert. Wie soll das da werden, wenn wir zehn Babys haben? Ich meine, klar, die werden dann irgendwann auch erwachsen und ziehen auch aus und blabli, blub. Aber, nee, not with me. Sorry, aber das ist nichts für mich. Deswegen habe ich mal so ein bisschen Internet rumgewühlt. Ich persönlich schaue gerne, kann ich euch auch gerne nur empfehlen, den Daniel auf YouTube. Das ist so eine Gruppe. Und die machen verschiedene, also die spielen nur Sims. Also ich weiß nicht, da spielen die auch was anderes. Ich weiß es nicht. Aber hauptsächlich Sims. Es geht hauptsächlich um Sims. Die bauen Häuser, die erstellen komische Leute, die machen Challenge, sie machen Aufgaben. Na gut, sind ja Aufgaben, Entschuldigung. Aber, ja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Also mein OBS lädt gerade ein bisschen sehr stark. Eins, zwei, drei. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt funktioniert. Ich switch mal ganz kurz raus, damit ich euch kurz erklären kann, was ich für eine Challenge mache. Die Challenge, die heißt Asylum. Der Grundgedanke dieser Challenge ist folgender. Dein Sims wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo dein Sims wieder fit gemacht werden soll. Mit ihm leben dort sieben andere Sims, die wie du etwas verrückt sind. Die Klinik verlassen darfst du nur, wenn du dein Bestreben erfüllt hast. Das Leben deines Sims wird sich bis zur Entlassung nur in der Klinik abspielen und du darfst keinen deiner Mitbewohner selber steuern. Aber dazu mehr in den Regeln. Vorab, ich habe die Sims alle selber erstellt. Also, was heißt selber erstellt? Ich habe eigentlich gar keinen, ich habe einfach bloß auf hinzufügen, 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 hinzufügen. Ich habe einen Namen eingeklickt und, ja, habe dann, die einzige Person ist mich. Und links, das bin ich, das ist Chantal Schmitz, die wir spielen, die leider psychisch krank ist und die leider in die Klinik muss. So, ähm, bla bla bla, Vorbereitung zum Start. Zunächst musst du, ich erkläre das kurz, damit ihr wisst, was ich gemacht habe. Ähm, zunächst musst du, warte mal, da klicke ich mal ganz kurz in Sims rein. Äh, ach, ich brauche einen dritten Bildschirm, nützt nichts. So, zunächst musst du deinen Protagonisten erstellen. Das habe ich hier getan. Das ist jetzt sozusagen mein Protagonist, ne, hier so, das ist die Chantal Schmitz. Ähm, das Alter ist junger Erwachsener oder Erwachsener. Und das Aussehen kannst du dabei frei bestimmen. Äh, eines der Charaktermerktale muss wahnsinnig sein. Das habe ich auch. Ähm, wo ist es denn gleich vor Schreck? Ja, heißt übrigens jetzt auch unberechenbar. Ich weiß nicht, warum sie es geändert haben. Es hieß tatsächlich vorher wahnsinnig. Ich bin auch der Meinung, äh, wo ich das letzte Mal noch Sims aufgenommen habe, gab es noch wahnsinnig. Ich weiß leider nicht, warum. Aber jetzt egal, es ist auf jeden Fall jetzt unberechenbar. Diesen Sims können Selbstgespräche führen und ihre Emotionen sind unvorhersehbar. Ja, Persönlichkeitsmerkmal. So, die Bestreben, ähm, genau. Eins dabei muss wahnsinnig sein. Die anderen dabei sind frei wählbar. Ich habe gut und ehrgeizig genommen. Dazu komme ich gleich. Äh, ich sauber schon wieder beim Reden. Die Bestreben werden nun per Zufall ausgewählt. Das ist das Bestreben. Äh, wobei Liebe und Familie nicht genommen werden darf. Ähm, Lose, die Bestreben zum Beispiel durch ein Zettelchen oder einen Zufallsgenerator aus. Ebenso gehst du vor, wenn es Bestreben mehr als eine Ausrichtung hat. Beispiel durch Zufall los. Ist egal. Ich habe es auf jeden Fall so gemacht. Es kam, äh, Mixen raus. Wir sollen Meistermixer werden. Ähm. Äh, die werden nur durch Zufall. Beispiel durch Zufall. Egal, warte mal anschließend. Erstellst du dir sieben weitere Insassen. Das Alter ist wieder junger Erwachsener oder Erwachsener. Und, äh, die Sims dürfen untereinander aber nicht verwandt sein. Sind sie nicht? Ähm. 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 Wir sind nirgendswo miteinander verwandt. Ähm. Merkmale, die bei allen verwendet werden müssen, sind tollpatschig und wahnsinnig. Niemand darf, ähm, eins, zwei, drei. Niemand von Ihnen darf das Merkmal ordentlich oder lieb die Natur haben. Ich klicke mal ganz kurz in die Leute rein. Damit ich euch das bloß mal schnell zeigen. Ach, mein Gott. Tollpatschig. Wahnsinnig und faul und nie. Ja, gut. Das sind jetzt immer, ähm, ganz kurz. Wenn man ein Bestreben wählt, bekommt man automatisch ein, ähm, ein Merkmal hier dazu. Bei mir ist es Essens des Geschmacks, weil ich ja die Meistermixer bin und bei den Leuten ist das halt dann dementsprechend. Aber das ist egal. Ähm. Wir spielen ja die andere, die eh nie. Von der Warte her ist das eigentlich Wurst. Ich will euch bloß zeigen, dass tollpatschig und unberechenbar bei jedem Sim mit dabei ist. Tollpatschig und berechenbar. Tollpatschig und berechenbar. Dasselbe Spiel. Dasselbe Spiel. Wieder und beim letzten ebenfalls berechenbar und tollpatschig, ne? Ist völlig Wurst. So. Bau der Klinik. Ich muss das ja ganz kurz mal schnell beschreiben. Ähm. Die Aufnahme nimmt es dann alles auf. Sehr schön, ne? Ich nehme es übrigens schon sieben Minuten auf und babbel nur. Aber es ist halt wichtig für euch, dass ihr halt wisst, was zu tun ist. Und falls ich einen Fehler mache, dass ihr da direkt gauzt. Halt Stopp! So nicht. So. Bau der Klinik. Ich habe übrigens, ähm, die Klinik jetzt hier nicht selber gebaut. Ich habe mir ein, ähm, eine Klinik heruntergeladen. Ihr könnt auch, wenn ihr das runterladet, könnt ihr bei Galerie öffnen. Hab ich, ähm, bei meiner Bibliothek übrigens, das ist jetzt, okay, das sind die Schmitz. Das, die kannst, äh, na, die könnt ihr löschen. Das ist, glaube ich, unsere erste gewesen. Ist egal. Verbindung oder auf beim Bleiben. Ach so. Ach, bauen wir ja gar nicht. So. Hashtag. Und dann könnt ihr jetzt einfach zum Beispiel Asylum-Challenge eingeben. Und dann kommen die. Ich müsste jetzt online gehen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, warum ich verbinde. Also, Bau- und Geldsheet dürfen bei den Gebäuden überall benutzen. Wie gesagt, ich habe es nicht benutzt. Ich habe, ähm, mir eben was runtergeladen. Nur Dekoration, Pflanzen und Licht darf außerhalb des Gebäudes platziert werden. Das ist gut, dass ich mir das nämlich mal durchgelesen habe, weil... ...außerhalb des Gebäudes platziert werden. Guckt mal, da fäst mir nämlich gerade auf. Eigentlich zählt das ja noch mit zum Gebäude, nur weil es eingebaut ist. Oder? Würdet ihr das jetzt als Negativpunkt sehen? Nur Dekorationen, Pflanzen und Licht. Na gut, das ist ja alles Dekoration hier, würde ich jetzt sagen. Das ist alles so. Aber das zählt ja eigentlich noch mit zum Gebäude. Seht ihr? Ich würde sagen, das zählt nur zum Gebäude, also bleibt es drin. So. Auf jeden Fall. Weiter geht es. Nur fünf Schlafplätze in der Klinik haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Ihr könnt jetzt wählen, Beispiel fünf Einzelbetten oder ein Doppelbett und drei Einzelbetten. Nur sechs Sitzgelegenheiten, Stühle, Sofa, Sessel etc. haben wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sitzgelegenheiten. Hier können wir uns nirgends wo hinsetzen, hier draußen nicht, oben auch nicht. Nur eine Sitzgelegenheit, auf der dein Simms ein Negerschen machen darf, haben wir. An Badegegenständen darf nur eine Toilette, ein Waschbecken und eine Dusche, Bade verbaut werden. Die Kombination aus Badewanne und Dusche wäre auch okay. Ist hier. Da fällt mir gerade ein, eigentlich hätten wir auch die Kombination so machen können. Na egal. Wir lassen jetzt einfach mal die Dusche. Dann nur fünf Gegenstände, um die Fähigkeiten aufzubauen. Davon ausgenommen sind Computer, Bücherregal, Spiegel, Herd und TV. Es ist sehr hart. Ich habe zwar den TV noch gelassen. Das Bücherregal habe ich gelöscht. Damit dürfen wir es einfach nicht tun. Wir haben draußen das Klavier. Wir haben das Mikro. Die Bar für mich, die muss ich mir separat dazukaufen. Und ein, na, ihr wisst schon, wo ich sparen kann. Und Schachgeräte. So, das sind fünf. Und hier das Sporting. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aber wir brauchen nur fünf Geräte. Sehe ich gerade. Da können wir ja eigentlich, was löscht man da? Warte mal, wir können eigentlich das Klavier löschen. Und die Bar hier drauf hämmern. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder das. Gut, okay. Das Geld mache ich gleich. Dann. Möchtest du einen TV haben? Musst du den günstigsten kaufen? Ansonsten sind es keine anderen elektronischen Geräte erlaubt. Kaufst du einen TV, darfst du keinen Computer haben. Du darfst auch anstelle des TVs einen Computer haben. Aber nur einen. Kaufst du einen Computer, darfst du keinen TV mehr haben. Ich habe mich jetzt für den TV entschieden. Das ist der billigste, den wir haben. Und keine Alarmanlagen. Ich bin der Meinung, es gibt sowieso keine Alarmanlagen, oder? Egal. Doch, beim Herd. Na klar, Feuermelder. So. Dann beim Herd musst du den günstigsten kaufen. Und du magst mal einen auf dem Grundstück. Haben wir. Ebenso nur einen in den Kühlschrank. Haben wir auch. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das als Waschwecken zählt. Oh ja, ich glaube schon, ne? Okay. Warte mal, da tue ich das. Das aber oben löschen. Warte mal. Das ist schön, dass wir das alles nochmal miteinander durchgehen. Wir haben aber keinen Kleiderschrank. Aber egal, das können wir mit dem Spiegel machen. Okay. So. Ja, das war es eigentlich schon bezüglich der Bau der Klinik. Sieht jetzt natürlich nicht so klinikmäßig aus, ne? Aber im Großen und Ganzen finde ich das schon in Ordnung. So. Spielweise. Um die Challenge erfolgreich zu beenden zu können, muss dein Sims das Bestreben erfüllen. Du darfst nur deinen eigenen Sims steuern. Alle anderen Mitbewohner sind tabu. Alle anderen Mitbewohner dürfen keinen Job haben. Nur deinen Sim. Da steht übrigens auch nicht, welchen Job. Also werden wir uns dann mal ein bisschen reinfuchsen, was wir für einen Job benutzt nehmen. Denn Sims darf das Grundstück nur für die Arbeit verlassen. Ansonsten nicht. Hast du das Grundstück fertig eingerichtet, musst du vor Spielbeginn des Haushaltseinkommens auf 0 Simulons reduzieren. Das habe ich davor schon erledigt. Aber allerdings, da ich jetzt noch das Klavier verkaufen musste, müssen wir das nochmal neu machen. Das geht ganz einfach. Ihr müsst einfach bloß Testing Cheats True eingeben. Und dann den Betrag Money 100. Klack und habt ihr dann bloß noch 100 Simulons. Das haben wir gemacht. Dein Sims darf andere Sims auf dein Grundstück einladen. Kein Service NPCs, sprich Hausmädchen, Gärtner, Pizzaboy, Handwerker etc. Stirbt ein Sims auf dem Grundstück, muss der Grabstein auf dem Grundstück bleiben. Es ziehen keine neuen Sims für den Verstorbenen ein. Stirbt ein Sims, musst du einen Schlafplatz und eine Sitzgelegenheit entfernen. Solange du ein Bett und eine Sitzgelegenheit hast. Wenn du genügend Geld hast, darfst du neue Gegenstände kaufen. Die obigen Beschränkungen bei den Objekten bleiben, aber bestehen. Alle Sims müssen Zugang zu allen Objekten haben können. Du darfst also keine Objekte in das Inventar deines Sims packen, zum Beispiel in die Gitarre oder so. Anrufe für deine Mitbewohner müssen ignoriert werden. Jeden Abend um 0 Uhr darfst du die Inventare der Sims aufräumen. Essen muss aber im Inventar bleiben. Da ist jetzt aber allerdings meine Frage, wenn ich jetzt aus Versehen Essen halt reinstecke, ist das halt eher so gemacht, dass die halt eine Chance haben, auch um 1 Uhr noch was essen. Also ich weiß halt nicht richtig, wie das gemeint ist. Der Sims aufräumen. Der freie Wille muss eingeschaltet sein, denn Sims Lebensdauer kannst du beliebig einstellen. Ich habe sie ganz normal gelassen. Und verlässt einer deiner Mitbewohner musst du nichts tun. Er kommt irgendwann schon wieder. Genau, so dann könnten wir noch Vergabepunkte machen. Egal, mögliche Abwirkungen für deinen Challenge. Es gibt viele Möglichkeiten, die Challenge abzuwandeln. Dabei kannst du selber kreativ werden. Ist egal. Wollen wir nie. Okay, wir haben uns wirklich, ich will wirklich die Challenge schaffen. Und ich denke mal, die schaffen wir auch. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwas Fehlermäßiges bei mir sehen solltet, sprich, ich habe irgendwas Falsches gemacht, ich habe irgendwas aus dem Inventar gelöscht aus Versehen oder, 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 bitte in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr irgendwas blöd findet, dann könnt ihr das gerne reinschreiben. Ich bin da offen. Und jetzt trinken wir noch einen Schluck Cappuccino. Aus der DPD-Tasse. Übrigens nur coole Kids haben DPD-Tassen. Deswegen habe ich Vajo-Seine weggenommen. So, okay. Ich würde sagen, wir kochen erst mal. Meine Frage ist jetzt allerdings, bei der Challenge steht ja da, es steht ja da, dass man den Herd nicht für die Fähigkeiten nutzen kann. Mein Problem ist jetzt aber, zählt das? Mein Problem ist jetzt aber allerdings an der Sache, wenn wir jetzt aber zwölf Minuten kochen, lernen sie ja trotzdem am Herd. Weiß ich nicht, dürfen wir da bloß Obstsalat nehmen? Fragen über Fragen. Oder freie Wille, wie ihr seht, ist so eingeschaltet. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo man das sehen kann. Guck mal, das kann man ja alles. Das Leben ist auch normal. Selbstständigkeit, Selbstständigkeit ist alles aktiv. So, wie gesagt, ich habe euch das auch gezeigt, dass das wirklich auch die Fähigkeiten gibt. Und ja, wie gesagt, mein Bestreben ist, eine Meistermixerin werden. Wenn ich diese erreicht habe, kann ich dann das Haus verlassen. Meine Frage ist allerdings auch, darf ich auch schwanger werden? Das stande zum Beispiel jetzt auch nicht da, ne? Wenn ich jetzt hier Bock habe, mit einem Spettel zu öpfen. Oh ja. Gut. Nichtsdestotrotz, zehn Getränke mixen und Bauhocker kaufen, ja. Den Bauhocker können wir allerdings halt erst kaufen, wenn wir Geld haben. Job suchen. Achso, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir Mixerinnen als Job wählen. Weil ich vermute mal, dass wir irgendwann, wenn wir jetzt Leckermaul nehmen, ja, Berufszweigköche oder Mixerin, das ist wahrscheinlich bald irgendwann der Berufszweigmixerin, äh, die Bestrebung Mixerin sein wird. Okay, warte mal, ich mach mich mal ganz kurz, ich bin irgendwie ein bisschen zu dick dafür. Warte mal, machen wir mal den hier und dann machen wir den hier. So. Oder? Sieht doch cool aus. Dann verdecke ich hier mit meinem Face nichts und, ja. Okay, so. Die Challenge beginnt. Wir sind in der psychiatrischen Anstalt angekommen. Wir haben schon gekocht, reden wie ein Pirat, ne, selbstverständlich. Hallo. Oh, erstmal ein bisschen rumgauzen. Wau, 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 wau. Ah, komm her, wir müssen uns auch mal anfreunden mit unseren Insassen. Ich könnte niemals mit so vielen Leuten spielen, das... Bin ich ehrlich, ich hab keinen Bock drauf. Deswegen wäre das nie was für mich. Ähm... Die Baby-Challenge. Also, Respekt für jeden, der es macht, aber... Oli-Moli. So, wie gesagt, ich hab random einfach ein paar Boys und Girls erstellt. Ich hab da überhaupt nichts... Mir überhaupt keine Gedanken darüber diesbezüglich gemacht. Das Einzige, was ich getan hab, ist, ähm... Hab halt, wenn halt... Weil am Anfang ist, glaub ich, ein Mann entstanden und immerhin schon auf weiter, weiter, weiter kamen nur Männer. Deswegen hab ich dann bloß auf Frauen geklickt. Aber an sich... Hab ich überhaupt nichts an den Leuten geändert. Warte mal, wir können ja eigentlich auch mal duschen. Mal duschen, können wir da auch, glaub ich, über die Welt nachdenken. Ich sehe tatsächlich als Problem die Betten und die Toilette. Die Toiletten und die Betten sehe ich wirklich als riesen Problem. So, die Türen müssen auch alle offen sein. Ne, die dürfen für niemanden verschlossen sein. Und... Ja, mal gucken. Mal gucken, wie lange wir für die Challenge brauchen. Mal gucken, ob wir es überhaupt schaffen oder ob wir vorher einfach frustriert davonrennen. In zwei Days. Ach, guck mal, das ist Sonnabend. Wir sind Sonnabend in die Klinik eingewiesen worden. Ähm... Ja, da geht's nämlich schon los. Die will pennen und geht nicht los. Ah, ne, guck mal, die quatscht die einfach... Puh! Ähm... Ich hab mir auch tatsächlich überlegt, ich habe mir auch ein paar Mods runtergeladen. Die hab ich aber jetzt für das deaktiviert, weil das war einfach ein bisschen zu krass. Und ich glaub, da stand auch in der Beschreibung irgendwie keine Mods erlaubt oder so. Ähm... Ich weiß jetzt allerdings noch nicht, ob ich parallel zu den Folgen dann auch nochmal Sims aufnehme, wo ich euch die Mods vorstelle, wo ich mit Mods spielen werde. Das weiß ich noch nie. Schmaus zu braten, Koppensalat. Unberechenbar. Chantal ist unberechenbar. Die Sims durchlebt meine vollkommen unvorhersehbare Achterbahn der Gefühle. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich will gerade ein bisschen dünn geraten, ey. Mir ist gar nicht so aufgefallen beim... Ach, und ich wollte Tattoos haben. Ja genau, stell dich einfach mal davor. Sehr schön. Und so, und jetzt kannst du eigentlich... Getränke mixen üben. Müssen wir ja. Zin Getränke mixen. Achso, warte mal, macht er das da? Ist das jetzt? Stiefchen, schniefegen. Und merk mal, manchmal kreisen wir dir verrückte Gedanken im Kopf. Jetzt ist es... Guck mal, wenn ich jetzt... Getränke zubereiten... Getränke zubereiten... Klick. Zack und weg. Und jetzt... Ach, war schon. Nee. Getränke zubereiten, Getränke zubereiten, Zuckerzund. Getränke zubereiten, Getränke zubereiten, Zuckerzund. Wir müssen ja zehn Getränke mixen. Ziel ist es, wie gesagt... Schon wieder müde? Das Geld. Ist Wasser gerade, es zählt Wasser, Ohr ist getränkt. Ich bin so behämmert. Guckt euch mal das Geld an. Ich habe überhaupt nie auf die Preise geguckt. Überhaupt nie. Scheibe. Und ich kann erst am Montag auf... Am Montag erst... Ja gut, ne? Also, da würde ich sagen... Ich raffe mir mal den Salat in meinen Inventor. Trinken. Wenn wir schon mal dabei sind. Gott, ey. Das ist ja jetzt echt ein bisschen unglücklich. Prinzesssch. 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 Das ist jetzt echt ein bisschen unglücklich verlaufen. Scheibe, Scheibe, Scheibe. Ja.